Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute machen wir mal wieder eine Build Challenge, denn ich habe bei Lissimsy gesehen, wie sie diese Challenge gemacht hat und ich fand sie sehr interessant. Es geht darum, dass man sich mit einem Random London Rater, dass man da dann sich quasi randomizt, wie groß ein Raum wird, also zum Beispiel 2x5 Kästchen groß und dann muss man aber ein funktionelles Haus daraus bauen. Ich bin sehr angetan von dieser Sache, deswegen versuchen wir es einfach mal. So, wir haben natürlich hier den Random Lama Generator, den wir auch für die Lucky Legacy Challenge benutzen. Und wir machen jetzt 6x6. Ich habe nämlich gedrückt und dann ändert sich das nicht. Okay, also 6x6 ist eigentlich eine wirklich gute Größe. Ich würde aber, glaube ich, mit so einem Hallway quasi anfangen, deswegen go for it. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das nenne ich mal Platz. Es ist auf jeden Fall viel Platz, um da auch eine Treppe reinzustellen. Das werde ich nämlich auf jeden Fall tun. Wir wollen nämlich ein Upstairs haben so. Zack. Dann haben wir das nämlich so. Das finde ich nämlich eigentlich nice. Und dann machen wir natürlich da eine hübsche Tür rein. Toll. Ich glaube unbedingt, Fenster bräuchte das jetzt nicht. Also ich meine, das können wir ja auch später noch immer hinzufügen, finde ich. Ich habe noch ein bisschen Licht angemacht. Ich dachte, das reicht aber irgendwie, finde ich so. Dann habe ich noch mal besser. Ich glaube, ich will diesen Boden mal benutzen, weil ich den nie benutze. Dann würde ich behaupten, hier geht so eine Tür rein und hier. Und dann hier vielleicht noch zwei. I don't know. Wir versuchen es mit zwei. Da kommt dann natürlich auch ein Geländer dran. So, und was machen wir jetzt dann noch draus? Das ist halt irgendwie so ein Eingangsbereich einfach, ne? Das finde ich ganz schön. Dann machen wir dann noch so ein Pflänzchen oder so drauf. So, dieser Teppich, weil der halt immer schön viel Platz so einnimmt. Deswegen, ich nutze den einfach richtig gerne, weil das halt dann schon so voll viel ausmacht, finde ich. Zack. Dann haben wir hier noch so eine Garderobe und so. Das finde ich auch sehr, sehr schön. Und weil ich mich kenne, dass ich sonst vielleicht ein Büro oder so vergessen würde, stellen wir einfach mal hier auch einen Computer hin. Tada. Und dann hängen wir da noch irgendwie ein Bild an der Wand. Toll. Ganz toll, Leute. Ja, ist doch ein ganz netter Eingangsbereich. Machen wir weiter. Okay, und wir wählen 3 mal 3. Ähm, Entschuldigung, wieso kriege ich jetzt immer dasselbe hintereinander? Das ist 3 mal 3. Das können wir aber eigentlich ziemlich optimal hier hinsetzen. Dann wird das vielleicht einfach ein Badezimmer. Und ein Waschbecken fehlt noch. Da hängen wir logischerweise noch einen Spiegel drüber. Oh, der passt nicht so gut. Der auch nicht. Die müssen so ganz slightly höher sein. Ja. Ah, danke. Eine große Küche, wo dann halt einen Weg zum Dining Room führt. Große Küchen sind natürlich schon irgendwie geil, ne? Also, bin ich ehrlich. Zack, zack. Das finde ich richtig süß. Dann platzieren wir jetzt noch schöne Deko, wie immer. Zack. Und da hängen wir noch irgendwie ein Bildchen auf. Tipptopp, ey. Liebs. So, weiter geht's mit 8 mal 6. Ich glaube, daraus machen wir ein Schlafzimmer oben. Aber guckt euch an, wie riesig das ist. Hm, oder es wird ein Schlafzimmer unten, weil das sieht schrecklich aus. Das kriegen wir da nämlich gar nicht so vernünftig hin. Dann tun wir einfach hier ein Schlafzimmer hin. Also, ich meine, das ist jetzt nicht so komisch, oder? Ich habe halt gerne die Schlafzimmer alle auf derselben Ebene, aber YOLO. Also, wir versuchen hier mal ein bisschen anders zu handeln, ja? So, und dann machen wir natürlich jetzt ein schönes Schlafzimmer draus. Da stellen wir dann so wunderschöne Lämpchen drauf, wie man das halt so macht. Und weil wir hier so schön viel Platz haben, können wir so einen modularen Schrank machen. So, dann stellen wir da noch ein paar Schuhe rein. Oh, Bücher. Das ist auch gut. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch einen Spiegel, because we love the Spiegel. Hier könnte man auch gut so einen Ventilator reinhängen. Dann sieht es auch schon ein bisschen voller aus. Und große Pflanzen. Große Pflanzen sind auch so eine Sache, die sehr viel helfen, wenn das Ganze hier noch ein bisschen leer aussieht. Na, das finde ich doch eigentlich ganz wohnlich, soweit. Weiter geht's. Mit 8x1. Entschuldigung? 8x1? Was soll man daraus denn machen? Dadurch, dass die Treppe ja so ist, geht das ja auch nicht. Das könnte ja so ein zusätzlicher Hallway sein. Also so ein Flur. I don't know. Wir platzieren erstmal. Wir können ja nochmal umsetzen, denke ich. Ist schon auch ein bisschen creepy, not gonna lie. Ja, großartig. Mehr kann ich da jetzt auch nicht immer ausmachen, ne? Wir machen einfach weiter. Wir haben diesmal 2x2. Das ist so eine gute Größe für ein Badezimmer. Toll. Ein Badezimmer. Und diesmal haben wir 7x3. Dann können wir auf jeden Fall diesen Hallway hier oben machen, weil das mit 3 natürlich dann genau dazwischen passt. Dann kann das nämlich sogar so bleiben. Wuhu. Ich weiß zwar nicht, was ich jetzt noch so in diesen Hallway reinpacken soll, aber let's go, I guess. Das nenne ich doch einen ganz gelungenen Hallway. Weiter geht's mit 7x2. Das würde ich jetzt hier hinpacken. Das könnte ja ein Kinderzimmer werden, ne? Das ist doch grundsätzlich ein akzeptables Kinderzimmer, oder? Also natürlich kommen da jetzt noch Fenster rein. So, dann geht's weiter. Und wir haben diesmal 7x6. Wir können auf jeden Fall hier dann was dranhängen, was wir daraus machen. Das Wohnzimmer wahrscheinlich. Dann möchte ich auf jeden Fall eine Tür noch draußen haben. Schade, dass es zu der Couch keine passenden Sessel gibt. Dann stelle ich hier einfach noch einen Schaukelstuhl hin, um den Platz zu füllen. Könnt ihr euch vorstellen, dass ich schon über eine Stunde aufnehme? Oh Gott, ey, das Video geht heute online. Ah! Das ist das Wohnzimmer, I guess. Dann brauchen wir jetzt noch ein Dining Room, also ein Esszimmer für hier. Und dann brauchen wir hier hinten noch irgendwie ein Zimmer. Da würde ich dann noch ein Schlafzimmer draus machen oder so. Deswegen hoffe ich, dass da jetzt was Passendes bei rumkommt. Wir kriegen 1x6. Mit 1x6 kann ich nichts anfangen, Leute. Also wir können hier hinten noch so einen Hallway hin machen. Oder halt so ein richtig langes Badezimmer, wo einfach nur so ein Klo drin steht oder so. Okay, Leute, hear me out. Ich lösche diese Tür. Und wir machen da zwei Türbögen hin. Und hier hinten ist irgendwie vielleicht noch eine Tür nach draußen oder so, dass man dann da einen Balkon hin macht. So ein Modellflugzeug steht da einfach drauf. Wuhu! Ganz toller Raum, ich liebe ihn. Wow. Jetzt komm, wir brauchen halbwegs gut genug große Räume für ein kleines Teenager-Schlafzimmer und ein Esszimmer. Let's go, Leute, jetzt. Komm, 4x5. Jawohl! Weil ich nicht weiß, ob wir danach noch einen Raum kriegen, der dann halt hier hin passen würde mit 4. Nehmen wir jetzt den Raum als Teenager-Schlafzimmer. Ach, dann brauchen wir hier ja gar kein Archway. Dann brauchen wir da ja auch wieder eine Tür. Aber egal. Dass da jetzt so ein Dingens ist, ist vielleicht besser auf jeden Fall. Wie süß ist dieses Bett, bitte? Oh mein Gott, I love it! Das ist wahrscheinlich das schönste Zimmer aus dem ganzen Haus. So, und jetzt brauche ich nur noch ein Esszimmer, Leute. Jetzt komm ran. Wir kriegen 7x2. Das ist nicht ganz, was ich mir gewünscht hab. Äh, ich hab keine Ahnung, was ich hier tun soll. Ich würde, glaube ich, tatsächlich so einen langen Tisch da hinstellen und dann, also hier quasi den Tisch hinstellen und außen rum... Ach nee, das reicht, das geht ja auch nicht. Oh mein Gott, ich hab keine Ahnung, wie ich das lösen soll. Aber ich kann jetzt halt nicht random noch mehr Räume da irgendwie dran platzieren. Ich dachte jetzt halt, dass man dann hier die so rumstellt. Aber ich glaube, dann kommen die hier nicht vorbei. Dann setze ich jetzt einfach hier an die Enden jemanden hin. Vielleicht stelle ich hier hinten einfach eine Bar hin oder so. Oder hier diesen Globus, damit es ein bisschen voller aussieht. Der tepp ich fast von der Größe und von der Farbe am ehesten hier rein. Dann klatsche ich hier noch ein paar Bildchen an der Wand. Und juhu, da ist unser Esszimmer, schön. Jetzt muss ich noch ganz schnell irgendwie ein Dach bauen und halte das von außen, dass es halbwegs normal aussieht. Was nicht passieren wird, weil, was ist das? Wir setzen das so ein bisschen auf so eine Plattform. So, dann habe ich da so Treppen. Dann mache ich da hier so einen Zaun hin. Zack, dann haben wir hier hinten noch irgendwie so Zeugs, keine Ahnung. Und dann setze ich jetzt hier irgendwo ein Dach drauf. Moment, ich mache erstmal einen Zaun, glaube ich. Damit ich hier weiß, dass hier ja der Balkon ist. Das wird so ein hässliches Dach, das kann ich euch jetzt schon sagen. Ich bin ja eh schon nicht so der Profi im Dachbauen, weißt du? Und dann kommt ja auch noch sowas. Ich versuche hier mein Bestes. Okay, Leute? Wow. Was ist dieses Dach? Es sieht schrecklich aus, oh mein Gott. Also ich müsste alles getroffen haben. So, dann könnt ihr wenigstens hier draußen zusammen essen. So, ein paar Sachen, um hier noch den Platz auszufüllen. Dann kommen hier hinten noch ein paar Büsche hin. So, ein paar Büsche noch. Und dann färbe ich die noch alle ein bisschen um. Toll. Was ein schöner Garten. Es sieht schrecklich aus, oh mein Gott. Ich speichere, es war das Spiel. Dann möchte ich dieses Grundstück noch in die Galerie posten. Das geht aber vom Preis her, ne? Wir haben drei Schlafzimmer und zwei Badezimmer. Ja, und jetzt poste ich das. Ich heiße auf, nein, ich möchte das hochladen, bitte. Bitte, soll das funktionieren? Weil ich nehme schon zwei Stunden auf. Upsili, upsili, das soll in genau zwei Stunden online gehen, das Video eigentlich. Ihr könnt auf meinen Account gehen, der heißt MullyGirly. Da könnt ihr das dann downloaden, falls ihr Bock drauf habt. Ich habe auch ein paar andere Sachen hochgeladen. Die könnt ihr euch angrehen und downloaden. Ich habe mittlerweile sieben Follower. Woohoo! Sehr fancy auf jeden Fall. Und ja, ich denke, wir werden jetzt einfach mal hier dann diese Folge beenden. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ja, wir werden demnächst bestimmt nochmal irgendwie anderes Zeug machen. Es ist Zeit aufzuhören. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.